Ja, ich meine, das ist nicht schön, wenn das hier kurz ist. Maschallah. Ist schön und nicht schön von dir? Oder ist schön und nicht schön in der Religion? Schön und nicht schön, erstmal ist das in der Religion. Wenn Allah gesagt hat, das ist gut, dann ist das schön. Wenn Allah gesagt hat, Haram, dann ist das nicht schön. Und wenn der Prophet Muhammad SAW uns etwas gesagt hat, dann sollen wir das praktizieren. Und wenn er uns verboten hat, dann dürfen wir das nicht tun. Wir müssen das meiden.